Was war das? FIFA 11 oder so. Gab es das glaube ich auch schon. Da haben wir uns nochmal so einen kleinen Typen 1,50 gemacht mit Afro. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Julian Brandt am Start. Was geht? Alles gut, danke. Wir zocken jetzt erstmal ein Game FIFA gegeneinander. Beide mit Dortmund. Eine Halbzeit. Wir werden dabei ein bisschen quatschen. Würde ich sagen, können wir auch direkt rein starten ins Game, oder? Hast du Bock? Ich hoffe, die Halbzeit sind auf zwei Minuten eingestellt, weil sonst kriege ich hier zehn Tore. Minimal ist es nur vier Minuten, also man kann vier Minuten auswählen. Hat jemand aus der Truppe schon mal gegen mich gespielt? Ja, Reus hat gegen mich gespielt. Und wie ging es aus? Ich habe da mit einer Hand gespielt. Dann hat er 2-1, glaube ich, gewonnen oder so. Ich weiß nicht, er war ganz knapp auf jeden Fall. Okay, wir starten rein. Du hast das letzte Mal vor zwei Jahren gespielt, hast du gesagt? Ja, ich habe mit FIFA nichts am Hut. Was mit Fortnite? Wie sieht es damit aus? Hatte ich eine Zeit lang, war ich überkrass süchtig nach dem Spiel. Da habe ich sogar eine Zeit lang manchmal sogar gestreamt mit ein paar Jungs, damals noch zu meiner Leverkusener Zeit. Das war auch eigentlich echt lustig. Da waren jetzt keine Pros drin, aber die Leute haben es irgendwie gerne geguckt wahrscheinlich, weil wir einfach dumme Jungs waren. So wie es halt ab und zu auch ist. Aber die wurden mir dann irgendwann zu gut. Hast du dann auf dem Spiel oder hast du das nicht mehr gepackt dann? Hast du dann auf dem PC gezockt oder auf der Konsole? Auf der Konsole. Ja. Ja, ja. Wie sieht das aus, wenn du mal unterwegs warst und Trainingslager und so, hast du auch mal eine Konsole dabei gehabt? Oder generell habt ihr da auch mal gezockt und so? Ich habe oft jetzt bei der Nationalmannschaft eine dabei gehabt, da waren wir ja nur mal eine Woche weg. Ich habe dich jetzt schon gerade im Griff, weißt du? Naja, du bist ja gerade da. Die Gegnerische Hälfte und so, da hast du schon Pressing gerade. Gut, Ballbesitzspieler hier. Ja, aber ich glaube... Ne, also da klar, Playstation ist schon noch immer ein... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar kein Gamer bin, aber jetzt nicht so regelmäßig halt. Das kommt immer so phasenweise. Aber Call of Duty war so das letzte, was ich sehr, sehr viel gespielt habe. Was war ein letztes Game, was du so gezockt hast oft? Ähm, das war, ja, das war jetzt so Warzone. Relativ online, jetzt gar nicht so Mehrspieler oder so als Kampagne, sondern Warzone mit ein paar Jungs. Das ist so das, was ich auch am meisten feiere, wenn man dann mit anderen irgendwie in der Lobby ist oder so und ein bisschen quatscht. Hast du mal in FIFA Pro-Clubs gezockt mit anderen? Also hat da jeder seinen eigenen Spieler hinzustellen? Ja, ja, ganz früher. Was war das? FIFA 11 oder so. Ja, gab es das glaube ich auch schon. Dann haben wir uns noch mal so einen kleinen Typen 1,50 gemacht mit Afro. War geil. Ja, kannst du einmal deinen eigenen Spieler erstellen. Hast du schon Bock gemacht? Ja. Ja, hast du recht. Ja, also grundsätzlich ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so FIFA spiele, weil ich das Spiel nicht mag, sondern einfach weil... Mein kleiner Bruder, der spielt jeden Tag geisteskrank FIFA, der hat auch die krankesten Spieler. Der hat aber auch deine Pro-Player-Karte, ne? Der hat auch meine Pro-Player-Karte. Ja, musst du mal ein Game gegen den organisieren. Der hat dann die ganzen Icons und schieß mich tot, wie sie da heißen. Also Ronaldo und Pelé hat oder so, ich kenn mich. Ja, Ronaldo und Pelé, das sind so die Spieler, die man da am meisten oder am besten momentan drauf sind. Ja, die kosten aber auch mega viel. Also bis du dir die leisten kannst, musst du dir echt viele Packs öffnen und so. Ja, ich hab den immer überredet, ich wollte eigentlich immer, dass der Ronaldinho nimmt, weil das für mich immer so der Spieler war, den ich so am meisten bewundert hab als kleines Kind. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der jetzt nicht so spielbar war oder sowas. Ja doch, der ist eigentlich schon geil, aber es gibt halt noch andere Alternativen, sag ich mal. Und die meisten nehmen dann halt die anderen. Aber Ronaldinho gehört, finde ich, auch ins Team. Aber ich spiel den auch persönlich nicht, weil der ist halt nicht so effektiv wie in Pelé oder in R9. Und wen gibt's da noch? Wer ist da noch gut von den Icons? Von den Icons im zentralen Mittelfeld Viera, den spielen viele, oder Hullit, die sind halt sehr, sehr krass. Und von den normalen Karten spielen halt viele immer noch Ronaldo, weil der halt kopfballstark ist und auch schnell beweglich. Was gibt's da noch? Zidane wahrscheinlich? Ja, Zidane hab ich auch. Ja, was ist denn das jetzt hier, Alter? Hör mal, eine Ecke nach dem anderen. Ja, ansonst gibt's auch normale Standardspiele, aber die ganzen Pros und so, die haben alle fast dasselbe Team. Sind immer dieselben Spieler jedes Jahr, die krass OP sind. Nein, hör auf! Danke. Danke. Dann kenn ich mich da ein bisschen aus. Du musst mal gegen deinen Bruder mal zocken mit deiner Karte. Der ist sogar noch gar nicht so schlecht in FIFA. Zockt da auch Weekend League und so? Ja, ja. Also wenn er kann. Der spielt selber bei Werder in der Jugend. Und dann hat er natürlich am Wochenende ab und zu auch ein bisschen was zu tun. Aber der ist teilweise, komm ich nach Hause, wenn ich mal in Bremen bin, da ist er um 6 Uhr nachts noch wach. Ja. Und zockt sich da tot. Und pente den ganzen Tag. Also der ist auch schon heftig in dem FIFA Mode drin. Ja, geil. Okay. Dann haben wir jetzt die erste Halbzeit gezockt, Leute. Das war's auf jeden Fall. Entspannend von dem Video. Wie ist es aus? Hast du jetzt gewonnen oder was? Guck dir das an, 57 Prozent. Du hast mich irgendwie so voll gebabbelt hier. Du konntest mich gar nicht konzentrieren. Hab ich von meinem Vater. Ja. Okay, Leute. Das war's vom Video. Da gibt's auf jeden Fall eine Revanche, ne? Ich bin da. Oder gegen deinem Bruder. Du weißt, wo du mich findest. Mit der ProPlayerCut. Wir sind raus, Leute. Haut rein und ciao.